Da ist er wieder, Raffael, Santos, Santos, der Tunesier, 1 zu 0 für den FC Zürich. 42. Spielminute, Santos, der Mann, der den FCZ verlassen muss. Und der H-Dom explodiert förmlich. Schaut sich diesen Jubel an und Lucef aber erleichtert. Raffael, Santos, mit seinem dritten Tor in den letzten drei Spielen, nochmals. Der andere Pass von Raffael, also jetzt, der Pass hat er gegeben. Wunderbar, man hat es gesehen, schlussendlich. Aber auch Galindo geht da viel zu wenig konsequent dazwischen. Ein schönes Spiel zu sein, tut die Mitte, wunderbar. Santos bringt den FC Zürich also in Führung. Kurz vor der Pause. Und damit hat sich das Blatt natürlich wieder gewendet. Der FZZ wäre im Moment zumindest Schweizer Fussballmeister. FZZ! Zürich, schiesst das alles entscheidende 2 zu 0. Urs Maier, der Fussball schiebt immer wieder so schöne Geschichten. Das ist wunderbar. Das ist gewaltig. Und nicht mehr Robinser-Gönner nach dieser Verletzung. Und jetzt sind die Zuschauer nicht mehr zu halten im Hard-Dur. Nochmals, Raphael mit dem Freistoß. Das Goldorti kann nur nach vorne abprallen lassen. Und dort steht Xavier Magera bereit. Schiebt ein. 2 zu 0. Der FC Zürich ist zum zweiten Mal in Serie Schweizer Fussballmeister. Hören Sie sich diese Freude an im Hard-Dur-Stadion. Das ist unglaublich. Ja, es war in einer Lösung für die FC Zürich. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Xavier Magera mit dem 9. Saisontor auf Mittelfeldspieler Notabelle und Lucien Favre. Was ist das für ein Erfolgstrainer, dieser Lucien Favre? Seit 4 Jahren beim FCZ. Einmal Capsieger, zweimal Meister. Hut ab vor Lucien Favre. Und jetzt geht sie ab. Party da. Das ist schon toll. Also, das Spiel ist aus. Nein, noch nicht ganz. Wird nochmals gewechselt. Raphael verlässt das Spielfeld. Und Marc Schneider kommt noch ins Spiel. Was hat er verdient? Marc Schneider war ja lange Zeit in den vergangenen Jahren auch Käpt'n des FC Zürich. Er hat seinen Standplatz jetzt verloren. Und Flerim Cemaili. Umarmt Raphael. Also, in wenigen Sekunden ist es vorbei. Jetzt ist es der Fall. Der 1. Zürich. Ich sage es nochmals. Schweizer Fussballmeister. 2007. Lucien Favre und Harald Gämperli. Da kann man nur eines sagen. Herzliche Gratulation. Und ich möchte nochmals auf den Lucien Favre zu sprechen kommen. Also, wirklich. Was er aus dem FC Zürich gemacht hat, hat es seit drei in Zusammenarbeit mit dem Freddy Wittkul und das Vorschiff. Das ist bewaltig, was die zwei hier heimprachen. Und wir haben eine Konstanz hergebracht, die wir im FC Zürich schon lange nicht mehr gesehen haben. Man hat immer wieder mal eine Phase, die man gut sieht. Aber über diese Tour hinweg, also ein Kompliment der FC Zürich, auf dem richtigen Weg. Und es ist toll, dass wir solche Mannschaften haben. Wir haben nicht nur den FC Basel oder eben den FC Zürich. Und das ist ganz toll. Und man sieht ja, das ist schön zu sehen. Nicht nur in Basel lebt der Fussball. Also, da in Zürich. Das ist genau gleich eigentlich, wenn eine Mannschaft Erfolg hat, oder? Das ist richtig. Das ist richtig. Und diese Jubelbilder natürlich sprechen für sich. Die Fans aus dem Häuschen, auch die Mannschaft. Lucien Favre, der Meistermacher zum zweiten Mal in Serie.